Hallo und herzlich willkommen zum wohl chilligsten Quiz auf YouTube mit eurem Profi-Pokémon-Experten, vor allem wenn es um die Schreibweise geht. Ja, ich wünsche viel Spaß beim zweiten Part und zwar mit dem Yotodex. Diesmal zum Glück nur 100 Nummern, also diesmal muss ich nicht allzu viel wissen. Dafür habe ich aber auch nur 8 Minuten Zeit. Schauen wir mal, wie es diesmal läuft. Ich bin ja zuversichtlich. Fangen wir natürlich gleich mal wieder mit den Startern an. Ah, okay. Impergator. Perfekt. Endivie, Lorblatt und Meganie. Wie beim letzten Mal gilt natürlich an meine Kollegen, die sollen natürlich das mitmachen. Aber nicht so viel quatschen. Wieso, wieso, ah, Visenio, Ui, äh, Hut, Hut. Hey, die sind ja echt aufeinander folgend. Äh, wie, wie, Hut, Hut, ähm, 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 Knop, Knop, Tu. Ach, du Schadende, heute läuft's ja. Äh, Wiberg, 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 Wiberg. Äh, Ariados. Wenigstens das. Äh, Torge, Pi, äh, ohne I. Torge, äh, ne, nicht Kist, das war vierte. Äh, Torge, Tick. Wo, In, genau. Äh, die Weiterentwicklung kam erst später. Ähm, was fehlt denn noch? Äh, da, da, da. Vielleicht mal, äh, 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 sel, ne, sel, die, äh, da unten, okay. Ähm, 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 ho, ho, luvia, i, co, nito, hey, geht doch, ähm, 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 T-i, oh Gott, wie werden die geschrieben? Drei, Kuh, Kuh, rei, ho, 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 ho. Das ist, ui, kuh, ho, 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 ho. Aber wie wird Reikku geschrieben? Ähm, ähm, später. Ähm, Ige-Lava, Ige-Lava, Ige-Lava. Äh, nicht Igelava, ich bin, ich bin komplett falsch. Ähm, Pupitar, die Vorentwicklung fehlt mir gerade. Lavitar, Lavitar, Lavitar. Despotar, das muss doch La-Bi-Tar, äh. Oh nein, im Nachhinein wird es mich wieder so ärgern. Ähm, was fehlt denn noch? Baldorfisch, ganz wichtig. Aber das wird wohl nicht so geschrieben. Das ist ein Nämitier, Baldorfisch. Ah, Englisch, das macht Sinn, wie die meisten Namen. Felino. Aber wie hieß die Weiterentwicklung? Moorlord. Ähm. Jetzt mal mit meinem Kopf abgehen, was auf den Routen noch los war. Mannen-Tags. Ähm. M-M-M-M-M. 29, das ist echt nicht gut zur Halbzeit. Ähm. Äh. Tanzer. Tanzer. Fostelka. Fostelka. 2L. Äh. Outcome. Mit C. 2L. CK. Boah, das ergibt keinen Sinn. Fostelka. In dem Fall nicht die Weiterentwicklung. Okay, was haben wir denn noch? Ich glaube, die ersten Routen haben wir ziemlich abgehandelt. Ähm. 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 Ho-B-Pros. 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 Hörst du? Ho-B-Pros. Oh Mann, wie wird das geschrieben? Und wie hieß die? Papunga. Oh Gott, hab ich das geschrieben? Papunga. Okay. Aber... Irgendwie so. Oder so. Dann nicht. Mogelbaum. Ja. Oh, die ganzen Babys, ja klar. Elekid. Magby. Ne, Niveau Naira war vierte. MMMM. Ach du Schandi, da waren doch noch mehr. Kusilla. Kusilla. Welches Baby hatten wir noch? Ähm. Mir fällt umverräckend gerade der Name nicht von der Vorentwicklung von Noccia ein. Ein. Äh. Rabauts. Rabauts. Ähm. Was sind Babys? Pi. Ähm. Ähm. Knudelluft war die Weiterentwicklung. Ähm. Ähm. Oh nein, wie heißt die Vorentwicklung von Pummelluft? Knudelluft? Nein, das war die Weiterentwicklung. Ähm. Ähm. Egal, weiter. Äh, da fehlen ja noch so viele. MMM. Ähm, so wie erwartet. Ähm. Was habe ich denn noch übersehen? Äh. Scherox. Ähm. Und, ähm. Stahllos. Stahllos. Ah, so. Ähm. Was hat denn sonst noch so eine Weiterentwicklung gekriegt? Weiterentwicklung, Weiterentwicklung. Da waren, glaube ich, nicht allzu viele mit dabei. MMM, 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 MMM. Aber, äh. Äh. Lady Bar? Warum wird das nicht so geschrieben? Lillian. Oh, und Lady Bar. So wird es sich geschrieben. Perfekt. Ähm. Weberack kriege ich immer noch nicht hin. Weberack. Ah. Hunduston. Hundemonn. Ähm. Kramur. Ups. Ähm. Komm, die Hälfte. Das schaffe ich nie im Leben. Ach, was fehlt denn da noch? Äh. Äh. Mir fällt nichts mehr ein. Äh. Ach du Schande. Ach du Schande. Äh. Ja, okay. Lassen wir es kurz sein. Die Quote ist jetzt ähnlich schlecht. Würde ich mal behaupten. Äh. Dafür geht das Video nicht ganz so lang. Ähm. Ähm. Wie ist jetzt? Wie? Wie Barak? Äh. Ah, die Voltjula. Ach du Scheiße. Larvita. Okay. Das habe ich auch vergessen. Ja, das ist das Schöne. Ah, Psyana nach Tara. Hm. Hm. Oh nein. Wenn man das sieht, das ist so. Ach. Porygon 2. Oh Mann. Aber irgendwie habe ich nichts anderes erwartet. Drei Kugel so geschrieben. Und wie hieß jetzt die vorhin? Fluffeluff. Na gut. Man ist ja nicht drauf vorbereitet. Also. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020